Ja, hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Teil vom Amusement-Tag-Simulator. Jetzt musste ich eine Pause machen, weil das Wort ist echt nicht leicht. So, wir müssen immer noch 2000 Dollar am Tag einnehmen. Und irgendwie muss ich dann mal was essen. So, dann esse ich hier. Und dann schauen wir mal. In einem Tag. Das schaue ich doch nicht mehr an einem Tag hier. Hier ist nichts drin. Das könnte knapp werden. Ich würde mal nicht eigentlich Sachen nachkaufen müssten, wie Hot Dogs und so. Hier sind nur noch 24. 10. Okay, ich schaffe das heute eh nicht mehr. Ich würde dann mal in die Stadt fahren, Nachschub holen und dann schlafen gehen. Und dann gucken wir mal, dass wir morgen das zusammen kriegen. Weil ich sollte ja 2000 an einem Tag machen. Aber so ein bisschen unscharf finde ich die Grafik. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, an meinem Monitor sieht das anders aus als in der Aufnahme. Das kann auch mal an meinem Monitor liegen. Natürlich möchte ich nicht abstreiten. So, ich drehe schon mal gleich. Jetzt heißt es, wir machen das erstmal so. Ups. So, ich burger. Und Hot Dog. So, dann haben wir von beiden knapp 30. Das müsste dann erstmal reichen. Nein, ich gehe in die Bank fahren. Die haben auch alle Licht an. Ich hätte auch gerne Licht. Und dann kann man das Auto tunen, dass das schneller fährt. Also für die drei Meter hier weiß ich nicht, warum ich schneller fahren sollte. Ehrlich gesagt. So, dann esse ich nochmal schnell was. Obwohl, warte mal. Fühlt sich das auf, wenn ich schlafe? 2000 New Day. Das fühlt sich auf, wenn ich schlafe. Okay, so. Also, dann lass mal. Ey, du blöde Katze. Collect. Collect. Also, wenn ich das nicht schaffe hier mit 2000. Okay. Bin ich am überlegen, ob ich noch ein Maschinchen hole oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich 2000 haben muss oder insgesamt 2000 verdienen muss. Aber wir werden sehen, ob wir es schaffen. Ansonsten würde ich mal gucken, dass ich noch irgendwas, so eine Boxmaschine. Ja, mehr gibt es ja nicht, ne? Ich weiß noch, es ist ja eine Demo. Ich weiß nicht, ob da später nochmal mehr hinzukommt. Dann würde ich den ganzen Krempel hier nochmal dazu packen. Boxmaschinen, Bird Shooting. Das könnte ich ja schon mal kaufen. Und das Karussell könnte ich auch kaufen. Reise kann ich ja nicht selber machen. So. 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 Schauen wir mal, ach, der ist wieder drin. Hier braucht es nichts drin. Nummer 20. Das ist ja okay, es ist erst neun Uhr, ne? Ich muss mal auf dem Parkplatz gucken, wie viele Kunden denn hier sind, weil abends waren ja schon ganz schön viele. Und was kosten die nochmal? 500. Dass du mehr Gäste haben kannst. Okay. Hier kostet ein Spiel 25 anscheinend. Okay, die Fressbodenbringst, ne? Archivement. Oh doch, Stand. Die Frage ist, kann ich denn selber Mülleimer aufstellen? 105, doch, das müsste doch klappen. 60. Wie viel hatten wir am Anfang des Tages? 800 oder sowas? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment, verdiene ich mir den Fressboden. Das heißt, ich muss da immer für Nachschub sorgen. Und auch mal selber was essen. Aber das war schon wieder die nächste Wutsche. Die kommen immer in... ... die Zappen hier. So, jetzt kommt die nächste Wutsche. Ja. Das wäre nice, wenn hier noch Leute hinterm Ticketschalter sitzen würden und auch ein paar Tickets hier liegen würden. Das würde ich noch cool finden. 35, 40. Okay, doch ein bisschen schleppend, ne? Wie viel Stock haben wir denn hier noch? 14. Und hier haben wir 17. 17. 17. Ach, vor dem Bürgerstand ist auch nur einmal Sitzplätze. Guck mal, was der da hinten macht. Vom Bürgerstand haben wir auch nur einmal Sitzplätze und vom Hotdogstand zweimal. Ich habe es doch doodeln gehört. 25. 25. 70. 80. Ups. Ich muss schon wieder selber was essen, ey. Geht aber schnell. So, Leute. Ich brauche noch ein bisschen was, um das Tagesziel zu erreichen hier oder das Questziel. So, das waren schon mal ein paar Bürger. 40. Du hast ein Bürger, 20. Ich bin nochmal gespannt, wenn ich die Karussells aufstelle, ob man die dann auch, ähm, 1000 kostet, ob man die dann auch, äh, da die Kunden fahren sieht. Das war mein Magen. Ein bisschen brauche ich noch. 10. 8. So. Okay. Ich brauche noch ein bisschen was. Also, wenn ich ins Bett gehe, scheint der Laden ja nicht weiterzulaufen. Der Park, meine ich. Habe ich festgestellt. Das wäre ja noch genial, ne? Auch noch irgendwie was, dass ich mehr Energie habe am Tag. Ja, hier ist nix. So, komm, jetzt müssten wir aber nicht mehr weit weg sein vom Spiel. Zumal ich gleich selber nochmal was essen muss. Weil, wenn ich wieder Burger kaufen muss und Dingens, ja, wir haben nicht mehr viel, da muss ich noch einen Tag machen. 105. Ich weiß nicht, wie weit ich weg bin. Das wäre die Anzeige da. Ich will jetzt auch nicht reparieren. Geht ja wieder Geld weg. 70. 20. Der hat nur noch 4. Er wird mir gleich sagen, dass das aus ist. Und ich muss die Sachen reparieren. Get loaned vom Spunkbank. Warum sollte ich denn das machen? So, okay. Und dann hole ich hier gleich Zeugs. Und jetzt kann ich das Ding reparieren. Und ich schlafe dann auch erst mal. So, Repair. Level 6. Jawohl. Okay. 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 Also, dann werde ich da morgen früh hinfahren. Ja, Hotdog Sound ist out of Dingens. Ich habe eine Mail. Und dann auch gleich hier das Aufstocken. Archiv-Mensch. Und wieder. Super. Und eine Mail habe ich, hat er mir gesagt. Out of Stock. Jawohl. Oh Gott. Die haben Müll bei mir im Park gelassen. Und die Reinigung kostet 500. So, also, ich gehe jetzt erst mal schlafen. Immer noch 2000. New Day. Ich habe schon wieder eine Mail. Was ist denn los hier? Die ist jetzt weggegangen. Okay. Also, ich soll zur Bank. Ich weiß gar nicht, wo die Bank ist. Irgendwo in der Stadt, aber wo? Bürgerstund, ja, ich weiß. So, dann machen wir folgendes. Ich mache hier mal um die Kurve. Ich habe schon wieder eine Mail. Was ist denn los hier? So, ich gehe jetzt erst mal das hier auffüllen. So, Burger. 40. Auf jeden Fall. Jawohl, so. Get loan from the bank. So. Business loans. Show deals. Okay. Äh. Okay. Accept. Ich, äh, ich habe Null zu zahlen. Ich konnte ja auch nicht mehr aufgeben. Okay. Das ist erledigt. Okay. Das ist vielleicht ein bisschen Open a skill. Ja, dann muss ich das nehmen. Buy in place. Karussell. Ja, das machen wir auch. Huh. Wir rennen doch nicht gegen die Mülltonne. So, hier kann ich, glaube ich, besser drehen. Was heißt eigentlich Air to Reset Car? Ist das Car dann am Startpunkt? Also, in meiner Garage, also in meinem Parkplatz. Mein Gott, manchmal, manchmal, aber nur manchmal. Ah, okay. Ich habe jetzt mal Air gedrückt. Ich wollte mal wissen, was passiert. Alter, sag mal, geht's noch? Hallo? Mann, 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 Mann. Ich glaube, jawohl, ich spinne. I think I spider. Das habe ich wegen dem so schief gepackt. Ist mir jetzt aber egal. So, erstmal habe ich Hunger. Dann muss ich mal den Müll hier wegmachen. So. Dann müssen wir mal gucken. Repair-Button. So. Und so, alles klar. Äh, was das Carousel kostet. Carousel, Carousel. Carousel 3000. Ja, da muss ich noch ein bisschen verdienen, ne? Okay. Soll ich nicht so was? Erstmal hier kostet ein Ticket 50. Hier kostet ein Ticket 100. Hier kostet ein Ticket auch 100. Ich arbeite mich mal langsam voran. Weil... Wenn ich jetzt gleich auf 3000 spare, das dauert ja ewig. Das packen wir auch mit hier zu. Und dann geht das Verdienen schneller. Ähm... Ähm... Jawohl. da ist noch mal was so nicht 3000 die rennen ein einfach um die fahren ein einfach um unglaublich so siehst du geht schneller und das nächste kostete 1200 das war guck jedes mal wieder das war echt der der hit hier skills das kostet schon 25 1200 kostet das da gibt es für ein ticket 100 und hier auch für den ticket und da denke ich halt dass das schneller geht denke mal dass das alles die sachen sind die ich in der demo bauen kann ich muss auch mal gucken ob ich das chaos hell kann ich aber hier in der mitte stellen oder hierhin dass ich für das andere muss ich irgendwie grundstücke kaufen oder so vielleicht auch mal wege sollte man auch mal machen so okay ihr lieben dann beende ich den teil hier aber erstmal für heute ich sage vielen vielen dank fürs zuschauen ich würde mich über ein däumchen nach oben freuen und dann sage ich tschau tschau bis zum nächsten mal tschüssi